So, zweites Viertelfinal-Spiel hier. Frankreich gegen Italien, Paris gegen Juventus. Ja, Juventus, weit gekommen, wie auch immer. Ganz verstehe ich es nicht, aber sie haben es geschafft. Für mich wirklich überraschend hier, sie anzutreffen im Viertelfinale, aber vielleicht geht die Reise weiter, vielleicht überraschen sie hier alle. Ja, für Paris wäre es der zweite Einzug ins Halbfinale, aber ebenso auch für Juventus. Im direkten Duel sind sie auch Punkte gleich, also bei einer gleiche Rangpunktzahl von 68. Juventus hat einen Sieg mehr dafür im Paris-Train, unentschieden mehr. Habe ich jetzt nicht gesehen. Uwe! 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 stark sehr stark über die schlitz du lukaku er sei aus erster treffer weit überraschend wird auch hier Büt ins Kripp Nummer 21 Romelu Bucaco Alter 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 Oh, schön. Oh, schön. Schön. Milito. 2-0. Was ist hier los? Zwei Geschränke kann man sagen. Natürlich glücklich, dass hier Schwarzschin noch mit der Hand dran war und den noch irgendwie so runtergegatzt hat, dass Angelini reitgebracht hat. Oh, schön. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, bitte? Ich nehme aber alles zurück, was ich gerade vorhin gesagt habe. Oh, schön. Nein, was ist das, Alter? Du kannst Kopfball. Ja, ist das, Alter? auf den Chaussé! ... ... ... ... ... ... ... ... mal wieder simon Sein erster Champions-League-Dreffer, fast zu Ende für sie, 36 Minuten gespielt, wir haben jetzt schon fünf Tore gesehen. Oh! Oh! Ja Wahnsinn, Juventus ist eine sehr starke Vorstellung, die machen das, was sie machen müssen, mehr nicht, aber das verlangt auch keiner, sind da, wenn sie da sein müssen und das zählt. Zählt auch in solchen Spielen eben wahrscheinlich mehr als in anderen. Ja, Juwe bleibt so. Ja. 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 Nein. stark oder geht da alles rein oder geht da alles echt rein oder nur kacos zehnter trocher in dieser ziel schöner spiel stand wie man das oder jetzt so sehr das ist pino so 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 das ist ein wahnsinn spiele acht treffer in 63 minuten so kann man sich natürlich ein viertel für lange vorstellen wahnsinn nein ich weiß nicht was ich erinnern soll Also. Nein, du Trottel. Oh! Oh, Schott, would you like? Vielen Dank. Oh, jetzt macht er einen Schritt zur Seite. Stark. Scheiße. Danke. Okay. Ah. 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 Stark. Ah. 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 ein paar minuten noch und dann wird das wahrscheinlich die letzte möglichkeit hier sein hält die partie doch offen im rückspiel ja sehr sehr schöne partie hier 11 tore bist du so deppert wir werden das dann ein bisschen besser aus wenn es lange verschafft